Hallo, herzlich willkommen bei MIGA Caravan bei uns auf dem Kanal in Dingesbühl. Ja, wir hatten eine kleine Winterpause über die Feiertage. Ich wünsche euch nochmal ein wunderschönes, gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Bei uns war es auch wunderschön. Wir haben ein bisschen gefeiert und alles im normalen Bereich. Wir haben auch ein bisschen was gearbeitet natürlich und Inventur gemacht und so weiter. Und das war auch der Grund, warum wir jetzt ein bisschen Videopause gemacht haben. Wir haben jetzt wieder seit gestern geöffnet, sind wieder voll da. Also sprich seit heute offiziell. Nicht seit gestern, seit heute. Und die Werkstatt ist auch schon wieder voll. Wir fangen auch schon wieder voll Kanne richtig an mit einem ganz tollen Projekt. Ein Hymer, wo wir einiges verbauen und den möchte ich euch gleich ein bisschen näher bringen, was wir da speziell alles machen. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Werkstatt und schauen uns das miteinander an. Wir fangen jetzt einfach von oben mal an. Wir sind jetzt hier auf dem Dach. Ihr seht, das Dach ist schon ziemlich verbaut. Also wir haben hier Dachfenster, halt hier. Wir haben hier Sattschüssel. Wir haben hier wieder eine Entlüftung. Wir haben hier eine Antenne. Wir haben hier nochmals eine Entlüftung. Also es ist alles nicht ganz so einfach. Dennoch haben wir hier zwei Platten. 130 Watt Peak von WCS. Einmal hier hinten. Eine quer. Und einmal hier vorne. Einmal längs. Hier oben wollen wir natürlich keine drauf machen, weil das ist natürlich prädestiniert, wenn wir die da drauf machen, dass exakt die Windgeräusche genau unter die Platte gehen. Und das kann unter Umständen sehr laut werden. Und das ist der Grund, warum wir das natürlich nicht machen. So eine kleine Besonderheit bei uns ist, wenn wir Solarmodule verlegen, sind die Dachdurchführungen. Das heißt, worauf man natürlich immer achten muss, was ich immer wieder sage, ist hier unser kleiner, ja unseren Durchgang, den wir da bauen. Wir kleben hier immer so eine Hülse ein, die dann entsprechend ausgetrocknet wird und hier die Kabel durchgehen, damit sich, wenn hier mal was undicht werden sollt oder Kondenswasser entsteht, dementsprechend nichts in die Dichtung und nichts nach innen läuft und in die Isolierung. Das ist immer ganz wichtig. So verbauen wir eigentlich ziemlich alle Durchgänge, damit wir da einfach richtig safe sind. Und hier kein Wassereinbruch. Auch kein leichter, wenn auch nur Kondens dementsprechend reinkommt, weil das ja hier in die Isolierung geht und dann würden hier lauter Gammel-Ecken entstehen. Kann in dem Fall natürlich gar nicht passieren, weil das Röhrchen drin ist, schön eingedichtet ist. Dann ziehen wir sauberes Kabel durch, machen hier oben nochmals dicht, damit auch hier keine Warm-Kalt-Brücke entstehen kann. Und dann ist es hundertprozentig safe. Also da kann dann letztlich gar nichts passieren. Ja, die Platten, die Module, die kleben schon drauf. Wir haben jetzt nur noch die Kabel sauber zu verlegen und die Kabelkanäle zu machen. Und dann sind wir hier oben auch schon wieder durch und haben die zwei Platten montiert. Innen drin geht es dann weiter mit etlichem anderen. Und da gehen wir jetzt einfach mal ins Innere des Fahrzeugs. So, hier setzen wir die Gläserner ein. Also hier war eine Banktoilette drin. Die haben wir natürlich komplett entfernt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, am Boden unten sind einige Befestigungspunkte gewesen. Die müssen wir natürlich jetzt alle sauber verblenden. Ebenso hinten an der Wand, aber da bleibt uns natürlich nichts übrig. Da haben wir dann in der Farbe, hier sieht man so ein bisschen, wo ist mein Finger, hier. Da kommen dann so Abkleberle drauf, hier, hier. Aber das ist minimal. Damit kann man wirklich gut leben. Steht ja dann auch wieder die Gläserner davor. Am Boden unten haben wir natürlich ein paar Befestigungspunkte, die verblendet werden müssen. Ebenso haben wir natürlich das Problem, dass hier die Seite komplett verblendet werden muss. Weil hier kommt ein Rundsockel drauf. Mit einem L-Adapter können wir hier nicht arbeiten. Und darum stellen wir das Ganze dann auch ein bisschen außerhalb von der Mitte. Dann haben wir in dem Bad auch ein bisschen großzügiger Platz, wenn wir am Waschbecken rangehen. Hier kommt dann das Display rein. Das haben wir schon reingeschnitten. Das wird dann hier eingesetzt. Jetzt kommt dann noch die Kabellage. Das wird dann noch sauber verlegt. Und das Wasser dann dementsprechend noch stillgelegt, beziehungsweise abgekappt. Ja, und dann haben wir hier die Gläserner schon wieder fertig montiert. Die Vorbereitungen sind schon alle gemacht. Das Relais liegt auch schon da. Also es geht jetzt nur noch um die Anpassung. Das wird dann morgen noch ganz stattfinden. Und dann sind wir hier auch schon wieder einen ganzen Schritt weiter. Gläserner haben wir natürlich jetzt auch schon einiges an Erfahrung. Haben wir ja schon ein paar Stück eingebaut. Ich glaube in 2022 sind so roundabout 80 Toiletten. Ich müsste genau nachzählen. So haben wir natürlich schon viele Grundrisse hinter uns. und wissen so ein bisschen um die Tricks und Tücken, wo es darauf zu achten gilt, um entsprechend die Gläserner sauber zu verbauen. Eine tolle Toilette. Funktioniert. Viele, viele zufriedene Kunden. Erleichterte Kunden, weil es einfach schick ist. Man tut sich leichter mit der Entsorgung. Und es ist einfach, ja, man verbraucht kein Wasser mehr. Ist eine tolle Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Ich habe die auch bei mir im Fahrzeug. Also echt, ja, echt eine tolle Geschichte, muss man sagen. Hier steht noch der lose Akku, damit wir natürlich in dem Fahrzeug noch Strom haben. Hier bauen wir aber auch die neuen Akkus ein und dementsprechend noch den Ladebooster. Wir verbauen hier drei Akkus, glaube ich. 3x 155 Watt Peak. Wir verbauen ausschließlich die WCS Akkus. Das haben wir hier. Das sind natürlich grandiose Akkus. Noch dazu sind es ja Icepacks mit 155 Amperestunden. Also das ist einmal richtig geiles Zeug. Haben eine Diengröße. Somit auch passend gern zum Austausch 1 zu 1. muss man ganz ehrlich sagen, das sind wirklich Akku der Weltklasse. Also kann ich nicht anders sagen, sind einfach top. Die kommen hier rein. Den Wechselrichter haben wir schon platziert. Also die Kombi. Wir haben ja die große Kombi hier verbaut. Die haben wir hier hinten drin. Ihr seht es hier rausspitzen. Die haben wir leicht runter geschoben. Da wird auch für genügend Abluft gesorgt. Dann kommt hier noch der Ladebooster rein. Weil der auch in der Richtung. Aber unten ist alles offen. Also damit wir richtig schön Abluft sehen. Ihr seht hier hinten ist auch. Oh, ihr seht es hier ist auch noch Luft. Also der Schacht geht ziemlich weit hinter. Das ist immer schön beim Hümer. Da haben wir schön im doppelten Ploten immer Platz. Und können ihn hier sauber und ordentlich verbauen. Hier kann man die Kabel super legen. Also das ist echt ein tolles Auto, wo man richtig gut seine Sachen verbauen kann. Auf der Seite hier hinten drin sitzt ja der EBL-Block. Also sprich hier. Hier, schauen wir mal rein. Der ist jetzt hier drin. Genau. Also auch eine tolle Geschichte. Und dann haben wir auch die elektrische Seite dementsprechend verbaut. Und dann glaube ich, da müsst ihr jetzt auf den Zettel schauen, kriegt ihr auch noch eine, ja genau, Supersense. Die wird auch noch verbaut. Supersense ist ein Füllstandssensor für einen Frischwassertank. Wo man dann etwas genauer ablesen kann. Weil natürlich die Sensoren, wo von Händlerseite oder sprich von Herstellerseite verbaut werden, meistens immer nicht ganz so toll sind. Die drei Stäbe, wo da reingehen, wenn die ein bisschen nass sind, dann zeigen die oft einen Scheiß an. Und das ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Und drum nehmen viele Kunden mittlerweile die Supersense. Wird mit der App dementsprechend sauber zum Auslesen. Und funktioniert richtig gut, muss man sagen. Und ist halt auch ziemlich genau. Ja, dann kriegt das Fahrzeug natürlich noch eine Alarmanlage von der Firma TITRONIC. Die verbauen wir sehr oft. Hier unten haben wir schon unsere Starterbatterie freigelegt auch. Bei Mercedes ist das immer nicht ganz so ungeschickt. Oder ganz so geschickt, weil hier müssen wir auf ein paar Kleinigkeiten achten. Weil natürlich die Hupe zum Beispiel nicht an Dauerstrom angeschlossen ist. So muss man Zusatzhupe einbauen. Aber macht nichts. Auch das kriegen wir gelöst. Und da verbauen wir dann dementsprechend mit den Kontakten auch eine komplette Alarmanlage. Damit das Fahrzeug auch gegen Diebstahl richtig gut abgesichert ist. Und dann kann hier auch nichts mehr passieren. Mit Profinder, Ortungssystem und so weiter. Alles dabei. Im Detail steht es auf dem Auftrag. Da gehen wir dann nochmal durch. Wenn das ganze Fahrzeug fertig ist, dann schauen wir uns das ganze nochmal an. Ich werde immer wieder gefragt, warum. Ich habe auch letztens wieder ein Auto da gehabt. Ich war nicht so glücklich. Also beim Wechselrichter muss ja immer ein FI verbaut werden. Ein Fehlerschutzschalter. Sprich nach dem Wechselrichter. Also wir haben ja dann im Prinzip zwei FI. Weil einer ist ja serienmäßig vom Hersteller. Der sitzt hier drin in dem Sicherungskasten. Der ist dafür zuständig, dass wenn Landstrom reinkommt, dann der Strom verteilt wird, da muss vorab wie in jeder Hausverteilung ein Fehlerschutzschalter hin. Das ist die Stromquelle Landstrom. Doch es gibt ja, wenn wir einen Wechselrichter einbauen, haben wir ja die Stromquelle Wechselrichter. Das ist natürlich, hat nichts mit dem FI von Landstrom zu tun. Da muss ein zweiter FI rein, der dann auch entsprechend auslöst, wenn hier irgendwelche Fehler vor Ort sind oder beziehungsweise Gerätefehler sind, damit eben alle geschützt sind. Das ist immer dann notwendig, wenn man eine Verteilung nimmt, also wenn der Wechselrichter seinen Strom auf mehrere Steckdosen verteilt und nicht nur auf eine Steckdose. Und es gibt halt Wechselrichter, da funktioniert das nicht, wenn man einfach nur einen Personenschutzschalter reinsteckt in die vorhandene Steckdose, wo der Wechselrichter ja hat, der wird nicht auslösen. Haben wir letztens auch wieder ein Fahrzeug gehabt, der hat einen Wechselrichter verbaut gekriegt mit einem, ja, so einer Art Personenschutzschalter, wo man da einfach in die Steckdose schiebt. Ja, löst aber natürlich nicht aus, weil, müsste man eigentlich wissen, es hängt wieder zusammen mit der Netzform, IT-Netz, NT-Netz. Habe ich schon ein paar Videos darüber gemacht, habe ich auch schon erklärt, das betrifft ja auch die Powerstations, so funktioniert das eben einfach nicht. Also, da muss definitiv auch hier immer dann ein FI davor geschalten werden, also sprich am Ausgang von 230 Volt, vom Wechselrichterausgang 230 Volt, erst in den FI und dann geht es ab in die Verteilung und dann können wir die Steckdosen ansteuern und so weiter. Das ist halt eine Vorschrift, da gibt es eine spezielle VDE-Vorschrift, die halt das besagt und ich meine, letztlich geht Sicherheit immer vor, in jedem Haus, in jeder Hausanlage ist es Pflicht und Gesetz und so ist es natürlich dann auch in den Wohnmobilen. Und so achten wir auch drauf, dass das dementsprechend dann anständig verbaut ist. So kriegt auch jedes Fahrzeug ein Prüfprotokoll bei uns mit, wo entsprechend die ganzen Daten vermerkt sind, weil auch das ist Pflicht, dass dieses notiert wird. Ich muss dieses für mich notieren, dass der Fehlerschutzschalter auch auslöst, bei welchen Milliampere, bei wie viel Milliampere. Und das muss alles geprüft, dokumentiert werden und kriegt auch bei uns der Kunde natürlich mit. Und das werden wir auch hier machen bei dem Fahrzeug. Wenn dann alles soweit ist, werden wir das sauber verkabeln und dementsprechend auch sauber prüfen. Jetzt zu unserem nächsten Fahrzeug, der momentan in der Kur ist. Das wiederum ist ein Neufahrzeug. Den machen wir jetzt fertig. Ich nehme an, der wird nächste Woche, da müssen wir noch genau einen Termin ausmachen, wird nächste Woche dann abgeholt. Auch der hat eine Kleinigkeit gerichtet. Hier haben wir eine Glissana eingebaut und das zeige ich euch jetzt mal, wie das hier fertig ausschaut. Also ich bin da immer ganz begeistert. Machen wir mal Licht in der Bude. Schwenken wir mal die Kamera hier rum. Voilà. So sieht das Ganze aus, wenn in einem Tournee die Glissana sauber und ordentlich verbaut ist. Ihr seht, wenn ich in Strom einschalte, startet auch gleich die Glissana entsprechend. Jetzt mache ich mal nur kurz ein Licht im Bad. Dann ist das hier ein bisschen heller. Voilà. Dann sieht man hier gleich auch, wie das anständig verbaut ist und wie die funktioniert. Die ist natürlich, weil hier haben wir natürlich eine Nasszelle. Stört überhaupt nicht. Für die Glissana gibt es eine schöne Haube zum drüber machen. Also die darf auch nass werden dann. Und man kann sie natürlich sauber drehen, damit man hier wieder schön Platz hat zum Duschen. Und wenn man auf Toilette geht, dreht man sie sich einfach her und dann kann man sauber sitzen und kann auch nur die Tür zumachen. Wie die innen ausschaut, haben wir auch schon oft gezeigt. Das sieht so aus. Da haben wir dann die Beutel da drin. Und dementsprechend kann man da sein Geschäft verrichten und macht den Deckel zu mit Soft Close. Und dann wird auch dementsprechend der Beutel eingeschweißt und alles ist weg. Alles ist gut. Wird man auch hier hinten gleich die Anzeige dementsprechend anzeigen, wie viele Toilettengänge man noch zur Verfügung hat. Also schaut richtig klasse aus. Also ich mag es immer wieder, weil das einfach, ja die Toilette schaut einfach auch schön aus. Wenn man das schon sagen kann von einer Toilette, ist sie wirklich schick und ja, macht eine tolle Figur. Dann kriegen wir hier noch eine Alarmanlage verbaut. Dazu schwenken wir mal kurz hier rum. Die Teile liegen schon da. Wir haben hier schon angefangen, dementsprechend die Alarmanlage zu verbauen. Kommt natürlich hier wieder komplett alles rein. Wird sauber wieder angeschlossen, damit das Ganze wieder funktionell ist. Mit Profinder, mit Vernetzungsmodul und so weiter. Damit auch hier das Fahrzeug safe ist. Mit den ganzen Fensterkontakten und und und. Das ist auch eine richtig tolle Sache. Muss man immer wieder sagen, weil so eine Alarmanlage schon eine gewisse Sicherheit ausstrahlt. Natürlich auch für einen selbst. Aber ist natürlich auch sicher, wenn man in verschiedenen Ländern unterwegs ist. Auch in Europa, auch in Deutschland, man hört es ja immer wieder, macht so eine Alarmanlage schon auch Sinn. Ja, so schaut dann das Kassettenfach von hinten aus. Hier war ja früher die Kassette zum Rein- und Raustun. Jetzt haben wir hier natürlich sauber verblendet, damit man hier Schuhe oder ein paar Folienliner dann für die Toilette nur unterbringen kann. Alles Technische ist weg, kann man nichts mehr stören, ist auch schön wasserfest. Hier haben wir ja unser elektrisches Ablassventil. Und somit kann man auch hier dementsprechend alles tun und verstauen. Gewinnt auch so ein bisschen Stauraum in der ganzen Geschichte. Also macht richtig was her. Haben wir gut gelöst. Und finde ich, schaut sauber aus. Kann man sehen lassen. Und man hat halt einfach nur ein bisschen einen zusätzlichen Stauraum. Ja, das war schon wieder der kleine Rundgang durch unsere Werkstatt. Am Montag, den 9. der Stadt ins neue Jahr. Also ihr seht, wir legen schon wieder richtig gut los. Wir haben auch ein paar neue Mitarbeiter. Wir haben den Sebastian neu, wir haben den Foxy neu. Und dann haben wir noch im Büro die Selina neu. Da haben wir auch ein bisschen aufgestockt, damit wir auch hier in der Bearbeitung, in der Umsetzung ein bisschen schneller waren. Weil man sieht, wenn viele Anfragen da sind, muss man natürlich gewappnet sein. Wir brauchen manchmal ein bisschen zu lang für manche Antworten, beziehungsweise für die Angebotserstellung. Wir wissen da um unsere Schwachpunkte, die natürlich auch ausgemerzt werden. Wir sind, wir geben alles. Es ist nur, ja, ihr wisst ja, personaltechnisch ist es immer aktuell nicht ganz so einfach, das Richtige, beziehungsweise, ja, das Richtige oder überhaupt Personal zu finden. Das ist einfach immer wieder schwer. Wir sind immer wieder am Suchen. Aktuell suchen wir natürlich auch noch einen Monteur, beziehungsweise müssen wir mal gucken, was sich da noch so auftut. Also da sind wir immer dran und bleiben dran, damit wir auch hier in der Geschwindigkeit einfach ein Stück weit besser werden. Aber das, ja, geht alles leider nicht von heute auf morgen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was mitgeben. Ich will natürlich auch viele Themen wieder anschneiden. Ich weiß, der Solartest steht auch noch aus. Der ist am Laufen. Der läuft ja, ich glaube, im Februar rum läuft er aus. Dann haben wir die 365 Tage voll. Ich bin schon dran an der Auswertung. Auch da, bitte gebt mir nur ein bisschen Zeit. Es ist unheimlich viel Arbeit, die ganzen Daten da zusammenzufassen. Und jedenfalls werde ich natürlich auch darüber noch Videos machen. Ich bin auch bestrebt, wieder regelmäßiger Videos zu machen. Ich würde sagen, mindestens zweimal die Woche ist mein Ziel. Mal schauen, wie ich es schaffe. Mal schauen, wie ich es erreiche. Also ich gebe alles, dass ich das hinkriege. Doch ich muss natürlich auch immer viel mitarbeiten. Ich muss viel im Büro machen. Es ist nicht immer ganz so einfach. Und der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Und irgendwann ist es halt einfach auch mal gut. Aber ich werde alles geben, damit wir da ein bisschen mehr Umsetzung reinkriegen und ein bisschen mehr schaffen. Also, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr verrückt seid, dann schenkt mir ein Like. Darüber freue ich mich natürlich. Genauso wie über anregende Kommentare von euch. Die werden auch sicher immer alle gelesen, zum Großteil auch beantwortet. Und wenn ihr ganz verrückt seid, freue ich mich natürlich nur über ein Abo bzw. über die Glocke dazu, dass ihr nichts mehr verrückt ist, versäumt von mir. Wenn es euch interessiert, dann bleibt dabei. Wir versuchen immer neue Themen, neue interessante Dinge für euch aufzutun und euch auch Verbauungstechniken zu zeigen, wie wir verbauen, wie wir arbeiten, damit ihr da einfach immer informiert am Ball seid, was möglich ist, was Neues gibt und so weiter. Also, ich sage ganz lieben Dank. Bleibt mir gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Michael. Ciao, ciao. Ciao, ciao.